leute habt ihr euch schon mal gefragt wie ihr hier hinkommt isolierter heiliger tor wenn ja zeige ich euch jetzt wie ihr dahin kommt erst mal zeige ich euch was es hier gibt hier gibt es nämlich eine ihr könnt die große rune von millennia aktivieren ich weiß selber gerade noch nicht was sie kann deswegen machen wir das mal zuerst und dann zeige ich euch wie ihr hinkommt keine sorge das ist ultra ultra einfach also das ist wirklich nicht schwer aber wir schauen uns erst mal was die große rune von millennia kann hier gibt es auch eine schöne gnade und eine schöne view mir ist nicht aufgefallen dass hier ein turm ist ich würde mal gucken millennia's marlenia's große rune regeneriert lp durch angriffen nach all den schaden so jetzt zeige ich euch wie man hier hinkommt als erstes müsst ihr ganz hier runter zum turm der rückkehr da könnt ihr einfach hier von hütte des abgeschiedenes abgeschiedenen handlers hinlaufen ich mache das mal eben mit euch zusammen darum ist der turm könnt die ganzen gegner die da stehen auch einfach ignorieren also die müsst ihr jetzt nicht unbedingt besiegen könnt ihr natürlich machen aber ist eigentlich nicht nicht nötig die lassen auch nichts gutes fallen da gibt es auch sonst nichts interessantes müssen aufpassen hier läuft so ein reiter rum da ist so ein reiter dann wollte vielleicht nicht unbedingt triggern je nachdem wie stark ihr schon seit den gegner könnt ihr auch ignorieren und dann öffnete hier diese truhe und steht der gefangen in einer transport falle und die bringt euch zu einem neuen ort und zwar hier zu leyndale bei mir ist jetzt die aschener hauptstadt muss bei euch nicht unbedingt auch die aschener hauptstadt sein ich habe die halt schon zur asche gemacht hier habt ihr dann ein site of grace eine gnade die könnt ihr aktivieren läuft hier durch das da ist übrigens ein gegner den könnt ihr besiegen wenn ihr wollt aber ihr könnt euch da rechts auch einfach die truhe holen und hier links ist ein teleporter und den teleporter müsst ihr nehmen und zack und schon seid ihr beim isolierten heiligen turm also wir müssten in den versiegelten tunnel und dann da wo die truhe ist die wand kaputt machen also das kaputt machen da war so eine illusions wand so dann geht es hier weiter da liegt noch ein item das gibt mir voll flashbacks von dark souls 1 den aschensee oh hier war ich ja noch gar nicht crazy hier alles aber einsammeln stein schwertschlüssel natürlich eine klang perle ja ich denke mal hier wird am ende auch ein boss kommen oder mir fehlen eigentlich so glaube ich kein helm des niedrigeren soldaten ich glaube die fehlt mir sogar frage ist will ich hier runter schon ich gehe erstmal hier oben ne oh ein goldener fehlerfuß sehr schön dieser scheiß husten bringt mich um was ist hier lol ok vielleicht von der anderen seite rechts runter soll ich nicht erstmal den anderen weg also den anderen weg da hinten runter da ist an sich nicht nichts wichtiges also leute könnt ihr mal reinschreiben was auf der anderen seite da war da ist noch ein item die explodieren hier alle so hier weiter ach diesmal nicht mein friend boah das gibt mir richtig flashbacks auch für den aschesee wie ist der baum nochmal der riesige baum oh wollte ich darüber aber ist nur ein weißes item ist bestimmt eh nichts gutes das sieht aus wie ein boss raum ich bin gespannt ob ich meine mimik rufen kann oh ja kann ich oh ein onyx first was kannst du du siehst ja nicht so krass aus da machst du auch keinen schaden hm soll ich hier mal ein bisschen vergiften Gift 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 da schön vergiftet also der kann nix leute der kann echt gar nix so das war der onyx first onyx first und groß schwert mhm oh aber die attacke habe ich schon mal online gesehen die soll richtig geil äh richtig geil sein ne raicards große rune perfekt gucken wir mal was die kann äh äh regeneriert LP beim besiegen von Gegnern ist ja öde wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal haut rein